Künstliche neuronale Netze können ja bekannterweise Dinge lernen. Ja, und dann probieren wir doch mal, einem künstlich-neuronalen Netz heute mal etwas beizubringen, und zwar immer das Gegenteil von dem zu tun, was wir eigentlich hören wollen. Anders formuliert, wir legen ein einzelnes Neuron an. Das soll an der Stelle reichen. Man hat hier eine Eingabe und ein Neuron mit einer Ausgabe. Und immer wenn dieses Neuron eine Null sieht, soll es eine Eins ausspucken. Und immer wenn es eine Eins sieht, soll es eine Null ausspucken. Und das versuchen wir jetzt diesem Neuron beizubringen. Ich drücke auf Train. Wir hätten jetzt die Werte noch anders einstellen können, aber wir lassen das an der Stelle. Das passt auch soweit ganz gut. Und der Fehler des Netzes wird relativ schnell klein. Und wir gucken mal, was spuckt es denn jetzt für Null und was spuckt es denn für Eins aus, wenn es mit dem Training fertig ist. Ja, und so wie gewünscht spuckt es einen Wert nahe an Eins raus, wenn es Null sieht, und einen Wert nahe an Null, wenn es Eins sieht. Jetzt können wir mal gucken, was ist eigentlich mit den Zwischenwerten. Wenn wir jetzt 0,4 oder 0,6 eingeben, was passiert denn da? Was spuckt das Netz eigentlich da aus? Und da kann man jetzt ganz gut daran erkennen, dass es im Prinzip genau andersrum ist. Also für Eins spuckt es Null aus, für 0,8 spuckt es, naja, sagen wir mal ungefähr 0,2 aus. Das ist natürlich mathematisch hier nicht ganz richtig, aber dann wird es in der Summe mal Eins geben. Für 0,6 ungefähr 0,4, für 0,4 ungefähr 0,6, für 0,2, 0,8 und für Null dann entsprechend Eins. Ja, also das Netz hat zwei Werte eigentlich nur gelernt. Natürlich viel zu wenig Trainingsdaten für ein echtes neuronales Netz, aber ist trotzdem in der Lage, auch so die Werte dazwischen einigermaßen sinnvoll zu übersetzen in das, was eigentlich heute das Ziel war, nämlich sozusagen immer das Gegenteil zu machen von dem, was wir eigentlich dort als Eingabe reingebracht haben, in das neuronale Netz, beziehungsweise in dem Fall in das einfache Neuron. Wir können natürlich jetzt auch probieren, das mal umzulernen, das ist auch kein Problem. Wir machen jetzt ein Liebes-Neuron daraus, was quasi immer genau für die Eingabe auch genau die gewünschte Ausgabe rausspuckt, die der Eingabe entspricht. Drücken wir mal einmal auf Weiter. Mal gucken, ob das Netz es jetzt schafft. Ja, an der Stelle sieht das ganz gut aus, der Fehler ist minimal und klein. Ja, und auch hier nehmen wir dieselben Testdaten und schauen mal, was passiert. Ja, und wie erwartet, ungefähr 0,2, 0,4, 0,6, 0,8 und 1,0. Das passt an der Stelle.